wie geht es euch so super und so sehr gut wo weiner danke was hast du so ich habe nur den bekommen und schlicht hat die linie ich habe ein elektrisches will ich von ja will ich von ja bruder kein geld macht ihr keinen unterschied also schmeckt weit ist gleich die gut gefeiert ja du auch ist nicht ein bisschen kalt im t-shirt ich bin das gewohnt man das mein spiel spielen was willst du spielen ihr box durch beide gegenseitig und der gewinner kriegt von mir 100.000 auf kleinsten wenn wir alle drei das habe ich schon mal gespielt und habe keine 100k bekommen ja ja hast du das bei mir gespielt ja siehst du und war das nicht wer war das ich glaube freddy oder so war das ja von den ogs diese drehgegenwechsel was erzählt man hier älter ich habe gar nichts erzeugt älter ich spiel gar nicht noch nie gespielt in meinem leben bist du dir sicher dann glaube ich dir sehr sogar hola hola nur 100.000 boxkampf wer gegen wen egal wer ich gegen den gegen den mantel hier ich werde bei 100k saß bei dem parkplatz Warte. Warte. Gegen wen? Achso, hatten wir ein bisschen Koks? Ich muss in Stimmung kommen. Nee, dann nicht. Warte, dann nicht kommen. Nee, ich glaube nicht. Meth? Irgendwas? Opium? Nein, Alter. Auf was für Scheiße stehst du denn weiter? Ja, Bruder. Ach, ich versuch's einfach ohne. Ja, wann geht's los? Ich bin halt. Ich kann dir eine Cola geben. Wie geht's hier? Wie gut geht's hier? Mir geht's super gut um die... Äh Bruder, kannst du vielleicht auch die Hose ausziehen? Ich mag das. Geh mal bitte weg. Das wäre nur Spaß, Bruder. Ich wäre nur Spaß, ja. Denkt dann ein bisschen lauter zu sprechen, wenn ihr hier seid. Ah, okay. Ja. Dann lass mal ein bisschen weiter weg von denen. Okay. Pack kurz mein... Nee. Na, dann haben wir ja beide... Let's go, Jungs, let's go! Okay. Komm her! Ich weiß eh, was du machen willst zuhause an Abner, wenn die Matte liegt, oder? Nein. Okay. 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 Ich gebe zu 20. Hä? Ich gebe was ist das? Hä? GG! Ja, man. Alter, denen hast du es gezeigt, ey. Go play, go play, go play your fucking Beyblades and shut up. Wahrscheinlich kriegt er 100.000. Wer ist denn alles da hier? Ist Ali da? Ali ist da. Ali ist da. Wenn Ali nicht am Automaten ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, jo. Jo, es geht. Ich wusste es. Ich habe es wieder gerochen, dass Ali am Blackjack-Tisch ist, der Süchtige. Sosa, wie viel hast du verzockt gehabt, Sosa? Ich habe 2,5 Millionen verzockt. Ich habe safe schon mehr. Ja, und ich hole alles raus. Fisi, danke für deinen Teil. Ich glaube, ich habe hier allein schon safe mehr als 5 liegen lassen. Leih mir mal was, bitte, Sosa. Ich habe selber nur 50.000. Ich bin 6 Millionen im Plus einfach mit diesem Arschloch. Ach was. Wallah. Du dreckiger. Mann, ich sag, am Blick schick die Schwanler-Sorge. Hey, Sosa. Ja. Fertig Sinn, ich gebe dir 50.000, aber du gehst mit 100.000 rein. Was? Ich gebe dir 50.000, aber du gehst mit 100.000 rein. Natürlich macht sie eine 21 Liga-Fahrzeug. Also, okay, warte, ich hole, ich habe kurz ab. Ja, ja, ja. So, Chat. Ey, Alter, es hat wieder Cops-Metzen raus. Ich kriege sie wieder, ich mache mir die Verfügung. Was ist denn wieder los? Hä? Äh, habt ihr auch Kumpf-Metzen? Ja, ja, ja. Hä? So, Chat, jetzt muss Geld gemacht werden. Gibt's doch keinen. Ja, ja, heute ist ein bisschen für dich, Alter. Ja, ja, ja. Eine Weiber ist da, alle im Urlaub. Haben wir keine Frauen da, oder was? Ja, was ist das, Alter? Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe den muss dann. Unglaublich. So, geh mal, so, eine Hand direkt, oder was? Ja, ja, direkt, direkt. Warum kriege ich keine Karte, Mann, Akkoll, ja? Direkt, ich auch. Ich zeig dir, wie man spielt. Ja, zeig, zeig. Ich habe... Muss auch heute aus. Ja, nur für dich setze ich jetzt 100.000. Ich habe kein Geld mehr, Alter. Was für, ich werde alles verlieren, Jack. Wir haben 50 Millionen, gell, auf der, in der Kasse. Was ist hier eingeschlafen, oder was? Wacht doch mal auf, Pippi, Alter. Was ist denn mal hier los? Was sind Pupsquersitzen, oder was, Alter? Jetzt mach doch mal. Aber Playboy, was ist mit den Stimmenändern los, Alter? Ja, ich hatte das, ich habe auch schon geguckt, aber ich habe keinen Hustenbauen mehr, habe ich alle dir. Sind deine Stimmenmänner kaputtgegangen, oder was? weil du mich angesteckt hast du beim c leiter bist du krank oder wie ja 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 ich bin andere karte ein bisschen geholfen hat natürlich hin oder nicht na klar weg über 200 klar aber du bist aber nicht geschossen bei mir ist das wieder hier der böse gekommen eine runde geht so jungs ich kann ich kann nichts setzen hunderttausend was mit dem stadt alle du dreckiger wixer da drüben das war das für eine verfickte sonnenwende drei oder zehn vier oder zehn vier oder zehn auch 14 ich bin ja nach kurzer schädefeld gefahren also mein kollege hat gespielt der berühmte kollege du musst sie bleiben die kann man nichts dafür dass sie da immer macht koma sitzt 20 du wichser alter ich kriege auch eine 20 guck 16 16 dass du dich nicht sehen sie huren so ich muss noch mal ziehen hatte 21 junge und jetzt sehe ich guck jetzt was passiert wenn ich sehe guck 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 was passiert überzogen hevon halt die fette beste leben beste leben bruder bester mann und jetzt bitte eine vier bitte eine vier wir würden eine hohe zahl haben wir haben alle niedrig bekommen bitte eine vier wichtig und jetzt überkaufte ich jetzt überkaufte ich überkaufte ich 100 prozent alles weg bei dir aber jetzt gesplitte bei 17 ist immer bei dealer der bleibt bei 17 hast du gar nichts ich habe mich zurück bekommen aber auch gerade auf der brühe du wohnen sohn 100.000 jahre ist ein bisschen spannung reinbringen und die lassen mich nicht mehr setzen sind guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal was sie macht wichtig ich nehme noch einen ich würde eine nehmen schlafen wieder ein dabei 21 und jetzt gewinnen wir beide schaust du an er will sich überziehen der wichser so weiter er macht jetzt auch eine 21 hat und schickt uns wieder läuft wieder besser hier alles oder was ja ja so ihr seid ihr seid so süchtig mann ja komm mal guck mal guck mal guck mal jetzt der letzte heute du bist doch ach digger was ach digger was wichtig 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 jetzt jetzt haben wir aber wirklich die komplette anonyme spielertruppe hier am schluss ich werde hier gerade zum ersten mal im leccec spielen ich werde ein bisschen rumfahren dinge jungs sucht hin oder her und einnahmequelle hin oder her aber was mit dem weibers ja ich hab mich mal eingemeldet und hab bisher keine rückmeldung bekommen im bester ich habe einen skriptisch auch in las vegas wegen weihnachten ja ich gehe mal in den funk ich werde draußen gleich mal ein bisschen rumkrusen kurs mal rum und schau mal ob du willst ein paar weiber saßen wenn ja funk mir und ich komm und ich slett die ab ja ja alles gut wir gehen den einfachen willst du weibersuchen gehen olaf oder was die ist wichtig ich will allgemein ein bisschen rumkrusen nein ich bin wieder offen lass mich kurz lass dir gleich melden wenn du alles verzockt hast deine fresse das dauert nicht lange eine hat noch ollen und ne 21 weil du auge gelegt hast ich nehme mir dein geld du wechsel zeig mal her ach ganz ehrlich du hast du 21? ja 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 ich war da oben ja ok eine hat noch all in und dann jeder hat ach du dummer fahrzeuge alter kennt ihr das schon katina das ist immer der kollege oben wartet alter und er wartet ne stunde weil ihr süßig seid oder genau so genau so hatte ich das letzte äh vor zwei tagen also ein kollege von mir der hat gespielt und ich musste und meine kollegen haben uns dann abgeholt alter du hast wohl tipp und dann hab ich und dann hab ich äh und dann hat mein kollege die angerufen hat gesagt kommt doch auch mit rein so 300.000 hand jalla hey du hast mich geboxt du wichser weh einer legt auge komm jetzt komm ich kündige nach mona kümisch bin ich mir er hat über 30 millionen verloren alter aus und hof hat er verzapft und 6 dass du dich nicht sehenst du wichser alter die will mich verarschen ich schwöre ich werde die schweißen jetzt eine 10 undgeben dann jall weg bisher wirklich jetzt haben meine 600000 nicht richtig einfach so einmal mehr plus raus so macht man gelt von 50.000 auf 600.000 Das ist doch schon wieder Ali, oder nicht? Wer macht denn dafür wieder Geräusche da? Eine Elf, ey, nul was? Wer ist da am rumschnarchen? Warst du das, Ali? Was? Warst du das? Nein, denkst du, ich bin schnarchen, oder was? Ja, kann ich mir vorstellen. Nein, wenn man nur mit meinem Würstchenkopf. Und was? Würstchenkopf. Warum Würstchenkopf? Was willst du mir erzählen, du kleiner Rettner? Wenn du eine Bewegung machst, dann brechen drei Knochen, du Wichser. Was willst du mir erzählen? Oh. Tevo macht wieder Probleme. Höchst du mich? Ne, leider nicht, Digga. Funk-Problem immer wieder. Kuss, Digga. Hey, Digga. Scheiß drauf, Mann, ey. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Ah! Ey, nicht mich. Ey, warum schlägt ihr euch? Nein, nein. Was ist denn hier los? Was ist denn der Schwanz, Mann? Ich bin nach meinem Privatelance schlafen gegangen und jetzt wache ich nach zwei Tagen hier auf und werde hier festgenommen. Sag mal, was ist denn das für ein Laden? Schnauze, Junge. Schnauze, Junge. Schnauze, Junge. Du schläfst den Laden zu disspekten. Was soll die Scheiße? Stell dich in die Ecke. Der Laden ist der Grund, warum du was zu essen hattest, weil deine Mutter damals hier gearbeitet hat, du Wichser. Sind wir ein bisschen dankbar. Dreh dich um, dreh dich um. Wo ist denn die Knochen? Er soll sich in die Ecke stellen. In die Ecke. Geht beiseite, Jungs. Geht beiseite. Bist du hier sicher, dass du hier eingeschlafen wirst, oder? Ja. Bist du ganz sicher?